Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder der Zocker Andi, wir spielen heute ALA RAAA Ich muss den gerne abgewenden Leute, aber das ist nicht so ein toller Spaß Ich werde die Dauer jetzt hier verkaufen Und vielleicht kriegen wir dann so viel Kohle zusammen, dass ich den upgraden kann, zumindest einmal Upgraden wir den da, aber da baue ich 75 Verkaufen wir den nur, dann habe ich die Kohle hoffentlich So, haben wir es jetzt, jawohl, dann werden wir den hier upgraden Hey, how did that sword over there end up in that stone? What stone? The big one, in the middle I'm pretty sure it's just an old statue it is I bet it's worth a lot of gold Ja, hey, come to think of it If some kid were to play around, and it came out of that family, they might get hurt Ja, we should take it, and sell it, keep it from happening We should be being heroes really, saving lives Hey, you let one through Maybe they'll just eat the wizard That's true, or maybe you'll eat my wife The wizard? Is your wife? No you numbskull, I meant instead of the wizard Your wife looks like a man Maybe she IS the wizard She ain't the wizard I think I would know Maybe she gets a spell on you Actually, I would explain all the pointy hats So when do you think we should... Someone's coming What are you two doing here? Bothering the hero? Can't you see, the hero is busy? Oh, the lava is really a bit Oh, look at that there is no slow tower or something We didn't mean no harm Attacks against the other realms have increased tenfold And have begun spilling into the human lands It's fortunate that you were here to hold the enemy off As we speak, the knights should be fortifying the castle If we can hold out a bit longer, they'll be able to take over And keep the human lands from being overrun So, der kann dann hier ordentlich reinhauen Das ist wirklich hardcore schwierig Kann man denn nochmal upgraden? Ne, den könnt ihr nur upgraden Aber dazu brauche ich so viel Kohle Die habe ich nicht Also würde ich sagen Was machen wir? Hier vielleicht nur ein paar Laser hin Die machen irgendwie Flächendamage, glaube ich Diese Tower hier Der haut ordentlich gut rein So So Dann werden wir den upgraden als nächstes Oh, 75 brauche ich Oh, Gott So, haben, wir haben, wir haben Wir upgraden den dann Zack Hat auch eine schöne Range der Kleine hier Boah, die kommen schon ziemlich weit, Leute Aber es geht so halbwegs Wir müssen hier jetzt noch ein paar Tower machen Mal sehen, dass die möglichst einen Umweg hier laufen Und natürlich drauf gehen Falls da wirklich nur einer rüberkommt So, wie sieht's aus da unten? So, da kommt noch ein Kandidat durch So, wie sieht's aus da unten? Und dann kommt noch ein Kandidat durch Das kräftige Das kräftige Das kräftige Das kräftige Leute, Leute Die die gerade von Chürich Da wird es nicht zu ziehen Ich glaube ich Da ist noch was. Ist das die letzte Wave oder was? Okay. So, hier lassen wir den noch mal in den Kreis laufen hier. Ja, aber so funktioniert es so halbwegs. So, die kommen gefährlich nah rüber hier. Aber es geht, wir bauen hier noch ein paar Towerchen. So, da müssen wir noch was bauen. Nicht, dass die hier noch durchkommen. Und das Skelett ist auch weg, Gott sei Dank. Leute, das ist wirklich ein sehr schwieriges Tower Defense. Alles klar. So, jetzt schauen wir mal, wo sind wir jetzt bei Level 2. Gut, das gehen wir gleich an. So, wo kommen die her? Hier irgendwo? So, wo kommen die her? Hier irgendwo? Okay, die kommen von hier unten. Was ist das hier? So, jetzt lassen wir hier im Kreis gehen. So, bis jetzt geht es so halbwegs. Wir halten aber auch schon einiges aus, das muss man sagen. Puh! Ich muss sagen, diese normalen Error Tower, die sind irgendwie nicht mal so schlecht. Also, nicht zu verachten, die Dinger, die machen schon ihren berechtigten Schaden. Also, Laser Tower, ich weiß nicht recht. So, dann werden wir einen schönen Umweg hier vor die Nase setzen. Bei Next Wave kriege ich irgendwie voll die Kohle, fällt mir auf. So, hier müssen wir dann Tower entlang, da kann ich eh nichts machen. Und hier können wir wieder den Weg unterbrechen. Elvenweapen sind von little use against them, aber ein paar Kanonentower sollten den Trick machen. Boah, sind die eklig. Ja, wir brauchen mehr Kanonentower, das ist... Hier werden wir mal Kanonentower hin. Ein bisschen Flächendamage kann nicht schaden. Hier ebenso. So, hier müssen wir einen Umweg machen für die. Ah, ist nicht so einfach, Leute, hier. Also, ich muss sagen, dieses Tower Defense ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Die gehen da rein, dann wird das dreckig irgendwie oder so. Die sind teilweise unsichtbar. Oh, nein. Ein sage hat gerade mit dem Ritual des Sacrifice, um ihr eigenes Leben zu repurpieren, um ihr eigenes Leben zu repurpieren, die Wasser. Wir müssen nicht mehr, wenn unsere Gefühle uns auf die Balance bringen. Daher wird Zeit für ihre Verkaufelnung später sein. Für jetzt müssen wir fortsetzen. Wie ich sagte, diese Invisibende Kreaturen waren responsabili für viele von den sagen, die wir verloren haben. Speaking of which, ich denke, ich würde dir ein bisschen erzählen über die sagen, die wir versuchen zu retten. So, dann werden wir den Upgraden. Dann werden wir den Upgraden. So, wir brauchen mehr Upgraden. Und wenn wir den als nächstes Upgraden. So, wir brauchen mehr Upgraden. Und wenn wir den als nächstes Upgraden. Ja, es kommen schon einige hier jetzt. Äh, nach hinten. Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Äh, was können wir machen? Wir können die hier wieder nach oben. Dass sie hier nur bisschen Damage kriegen. so die labern gescheit was zusammen leute das ist schon eine nummer dieses game so wie geht wir müssen das hier natürlich zu machen weil sonst gegen die hier die abkürzung das ist natürlich saublöd minions wenn ich mich zu der springe able take more than one stage to cleanse den auch so jetzt hier nur verkaufen jawohl so jetzt können wir hier nur einen hin so läuft den werden wir upgraden dass man da hinten auch was haben wir brauchen da hinten auch die match den upgraden die unsichtbaren sind schon lästig aber es geht so halbwegs so den haben wir geupgradet dann wie sieht so aus mit dem haben wir noch nicht den upgraden das ist natürlich saublöd wie die hier durchmaschinen wie es ihnen gefällt aber was soll ich machen da geht jetzt einiges durch das ist natürlich kacke schwierig schwierig dieses tower defense so was können wir machen den hier noch upgraden mit godis give you strength da kommen solche gruppen durch da weiß man gar nicht was man upgraden soll wir werden hier nur einen kanonentower hin beziehungsweise probieren wir mal denn das slow with little damage probieren wir mal den und hier werden wir den da hin einen kanonentower und den gleich upgraden genau upgraden genau upgraden müssen die alle hier ein bisschen upgraden so wie sieht es denn da oben aus gucken wir mal da nach oben es geht so halbwegs vorwärts hier den können wir upgraden hier dass wir mehr damage haben da kommt einiges jetzt nach unten leute so ein bisschen blöd dass das hier so langsam scrollt das finde ich blöd käsisch das finde ich blöd käsisch das finde ich blöd käsisch mit oh den können auch noch upgraden und den auch noch jawohl hier hinten ist alles abgegradet die kriegen richtig aufs maul also hier hinten ist alles abgegradet die kriegen richtig aufs maul also hier hinten ist alles abgegradet die kriegen richtig aufs maul oh da wird jetzt aber einiges durchgehen das gefällt mir gar nicht dann würde ich sagen dann würde ich sagen wir bauen hier laser tower noch die sollen dann die letzten die hier durchgehen einfach aufhalten in der hoffnung dass das so funktioniert so let's the wave leute let's the wave die gehen an hier haben wir extrem viel power get ready here they come wir können hier nur einen abgegradeten cannon tower hin das geht auf jeden fall sogar nur einen zweiten ja das hilft sicher und hier kann man sogar noch einen dritten hin den natürlich nur upgraden so müsste das klappen dass jetzt nichts mehr durchgeht ist wirklich ein sehr schwieriges Tauertäpfens Entschuldigung Leute also einfach da irgendwo tower hinbauen und dann braucht ihr nichts mehr machen das geht hier mit Sicherheit nicht das habe ich schon gesehen im ersten level sind wir gleich gescheitert nicht einfach clean kill ihr seht sogar jetzt geht noch einer durch ich werde dann hier alles mit Tauern vollpropfen jetzt kann es ja nicht sein dass die hier nur durchkommen da müssen wir jetzt aufpassen dass wir das jetzt noch verlieren ja hier hätte man gleich anbauen sollen für die die was da drauf gehen das wäre besser gewesen wir sind in der letzten wave und es kommt immer noch irgendwas da durch aber die sollten wir jetzt alle aufhalten das sollte hin ja ja wir haben sehr schwierig Leute aber wir haben es geschafft und wir sehen uns dann im Level 3 wieder bis dann Leute tschüss wir machen wieder mal einen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten Mal euer Zocker Andi let's play tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal